Ich bin Alex Biesen, ich komme von Diedling und heute ist ein Event für Stoke Toys. Stoke Toys ist eine Crew, die wir seit 2014 hatten. Die haben in den letzten zwei Jahren angefangen, mich permanent zu pushen. Wir haben auch angefangen, ein bisschen mehr an ein Event überzugehen. Wir haben als Graffiti-Crew angefangen. Mittlerweile sind wir mehr an dem Event, damit die Leute die Höhle loslassen, weil sie einfach die Sachen von Weitem gesehen haben. Da waren sie einfach der Meinung, nicht mehr können wir da nichts hängen, weil ich finde, das klingt sehr arrogant. Bei mir, dass sie einfach ein bisschen verstehen können, wen man hat die ganze Menge. Da waren sie auch die ganzen Wände. Bei den Sachen, die wir als Toys ausstellen oder bei den Kollegen, geht alles ein bisschen an ihnen über. Ich habe schon oft gesagt, dass die Sachen schwer aus nicht zu holen sind von den Leuten. Aber das fand ich gerade so interessant, weil ich kann mir im funkerischen Genre gehen. Ich schaffe viel mit Collagen, ich schaffe viel mit Alltagsobstieren. Ich versuche immer zu viel zu holen. Die Motive sind größtenteils am Anfang ziemlich einfach. Aber ich versuche, mit den wenigsten Sachen am meisten auszudrücken am Anfang. Weil die Sachen für mich teilweise auch immer persönlich sind. Ich benutze auch Sachen, die uns teilweise auch mal assoziieren. Ich benutze sie auch für das Einste. Und ich bin... Und merci, Deke. Das ist der letzte Tipptopp. Merde. Und ja, voila. Und die Bilder sind am Anfang von Ivar Kollagen, ich habe die Male verbunden. Und das verriert einfach von den Schiedrängen von uns ein bisschen. Also mit mir mittlerweile zu drei. Und der Fährte von uns, der hat noch kein Bilder ausgestaltet. Aber er hat halt auch mit dem T-Shirt neu gemacht, muss ich ja kurz weisen. Und, voila. Ich finde, als Kunst geht... Ich weiß nicht. Also ich bin ganz ungern in die Kunstrichtung, weil dann sind die Leute so... Ich meine, es sind kleine Stempel drauf, so. Aber das ist etwas Kontemporäres. Es tut etwas aus der Art, aus der... Ich glaube, es ist ein bisschen überall. Und ich fand, ich spiele da im Anfang ganz gut als 20er-Jähriger. Und meine Inspiration, also... Große Inspiration kam aus dem Dadaismus, aus den letzten 20er-Jährigen. Einfach das Absucht, das mache ich nur, was ich will. Weil ich einfach gerade Lust da drauf habe. Und das hat halt nur einen Anfang mit dem ganzen... Teilweise mit dem Hip-Hop-Szenen zu verbanden, mit dem Graffiti zu verbanden. Und das fand ich immens interessant. Weil alle Spieler sind ignorant. Sie sind jeweils provokant. Und ich fand, dass das auch gerade genau das, was den Dadaismus für mich... Größ nicht so beigebracht wird. Dass du einfach wirklich so... Ried weiß, was du gehörst. Ja, komm einfach, komm einfach random bei. So. Ja, wir machen ja nur ein bisschen absucht, weil das gehört dazu. Mal schneiden wir zwei Wörter am Anfang. Und heute habe ich letztes Jahr gemalt. Und heute habe ich letztes Jahr gemalt. Vielleicht weiß ich nicht, was ich meine. Und heute habe ich T-Potitis C. Und heute habe ich noch nicht am Anfang... Also kein Umgang, der tut noch kein Umgang. Also ich meine, ich gehe ihm auch kein Umgang. Aber ich fand halt die Menschen interessant. Also ich fand das selber interessant, was das schlussendlich aus der random zusammengestaltenden Collage ging. Weil es sind halt Sachen drauf. So halt... Du hast halt echt... Also so... Die Gucci's... Brillenschäge am Anfang. Und dann hörst du einfach nach Chanties Sachen. Du hast ein paar Bayern-Stickets und alles. Und ich fand... Du... Du kannst am Anfang viel zu zoomen. Du hast am Anfang auch einen Reflektor, den ich immer mal tun. So wie du mir das kennst am Anfang. Nämlich... Hier ist ein Diskette eigentlich alles aus dem... Also vom Computer, wie man sie nämlich kennt am Anfang. Und... Ja... Du hast halt so einen an. Du guckst die Gucci's Mäu'n. Und... Kann sich dabei denken, was du willst. Und... Das ist am Anfang bei meinen Bildern. Dass am Anfang alles für mich im Prozess entsteht. Also ist es nicht nur so, okay, ich mal nur irgendetwas. Ich meine es sozialkritisch ist. Oder ich mal etwas. Ich meine es mir... Und ich habe immer gesehen, er hat dort noch Potenzial. Der Mensch, der dort noch da draußen. Und... Ich war auch tatsächlich bei dem heute. Mit dem heute noch nicht... Einen, zwei Wochen drüber gemolten. Da war immer im No an No. Weil ich auch von einerseits nicht wusste, wie ich das Gesicht dagegen machen. Aber schlussendlich habe ich einfach die Leute gemacht. Weil ich weiß, ob die Gesichter können halt nicht tun. Und... Das ist halt auch der, weil es cool ist. Weil ich sage, dass das ein bisschen über die Toil rüber geht. Du wirst halt einfach... Also ich habe noch ein Toil angeschnitten. Da ist die Läscher an der Toil dran. Und die Läscher sind am Anfang random platziert. Und ich habe mir schnell mit der Motive versucht, so viel wie möglich... Sinnvolle Meinung rauszuholen. Und genau. Und der Toil ist die Partiz C. Äh... Da hat es halt am Anfang Mixed-Media... Man hat ganz viel Collage angefangen. Aber der Collage ist halt immens übermult. Und dadurch ist es nicht immens gesagt. Aber die Sache ist halt... Das ist halt der Traum. Und der weiß auch nicht. Und der weiß auch nicht. Aber wenn es zuf ist. Und der weiß auch nicht. Aber wenn es zuf ist. Und wenn es zuf ist, kann es auch für die Kopfschluss. Und ich habe schon mal gedacht, dass es ein Mann ist vor dem Vorspiel. Und äh... Da war ich so, ja... Das machen wir zehnmal durch. Und äh... Es sind da auch so ein paar andere Sachen dran. Also... Ich fand das auch immer ein bisschen schön. Weil über ein Foto kommen kann das wirklich 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 sehr plakativ. Und ich fand dann so... Es muss einfach Personen gesinnen. Und dann sind sie auch ein Mann so freund von den ganzen Eventen. Und die Leute einfach animieren können sich von mir nur um zu gucken. weil er gesagt hat, was auf ihr ganzen Dingens dran hängt. Weil die Sachen dran die noch nicht rauskriegt. Du meinst, ich fang froh, die Leute ein bisschen mehr in die Kunst zu bringen. Ganz blöd gesagt. Und die Leute über die sozialen Medien nicht zu pushen. Das ist eine reine Werbungssache. Ich fand, die Leute sollen einfach die Kunst selber gesehen. Das ist mein grosser Punkt. Ich kann etwas über T-Shirts erzählen. Und jemand hat einfach zu Zoom gemacht, mir hätte auch mehr gemacht. Du meinst... Wir haben eine solche Volute. Ich fange Maskenpflichtig zu machen. Ich bin der Leo. Ich mache gerade im Moment ein Modest-T-Shirt. Und so wie der Rest habe ich auch schon viele Bilder gemacht. Ich mache auch viele Bilder. Aber heute habe ich gerade keine Bilder ausgestaltet. Und ja. Heute sind T-Shirt von mir, die Modest-T-T-Shirt gemacht. Den heute zum Beispiel auch. Und ja. Mein Hund ist einfach evaluiert. Ich studiere schon oft auf der Mauer. Und... Für was wollen die Leute das nicht einfach und tun. Dann... Es ist ein bisschen mehr einfach für alles. Dann machen sie für alles Püpp. Und dann... Mein Hund ist evaluiert. Dann verkauft man da doch. Dann können wir auch da ein bisschen suchen. Wir fanden es auch ein bisschen flott. Wir wollen am Anfang ein bisschen mehr in der Richtung weitergehen. Mal zu Events wie der Titan. Einfach irgendwo hingehen und so ein Spieler dahinter stellen. Ein bisschen T-Shirt machen. Einfach so... Die Kunstszene ein bisschen mehr... Ich weiß nicht. Mal langweilig machen. Aber ja. Also die Inspiration ist einfach so ein bisschen... Einfach so ein bisschen... Das hat alles richtig lieb. So... Was wir so machen. Was wir gerne machen. So... Rausgehen. Und so Sprayen. So alles. Was so ein bisschen auf der Strasse gesprayt ist. Das inspiriert uns immens. Einfach so die Art der Weisse. So... Auszudrecken. Und... Da wirst du fluchen. Da wirst du Scheiss suchen. Äh... Einfach so... Leute die einfach wollen, nirgends Scheiss zu suchen. Und das machen wir am Anfang gerne. Ja äh... Ja am Anfang ist diese. Ja. Es scheint mega interessant. Es ist immer froh zeitgenössisch. Zeit... Äh... Kunst zu gucken. Was wir hier gerade zu führen. Und äh... Und äh... Wollen wir mit den Künstlern selber zu sprechen. Wie möchten sie... Die Ziele haben von ihren... Sachen. Die sie machen. Das heißt Zukunft. Man muss ja viel mehr diese Sachen machen. So verkrampft. Äh... 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 Mega properer Räum zu stehen. Und zu gucken, was gerade bei der Kanapé passt. Äh... Äh... Es nicht immer gerade adaptieren. Dann äh... Äh... Das ist zugänglich für die Tverin. Ja. Und äh... Und äh... Und äh... Dass für das auch ein Schwerdkunst soll sein. Was ich der Jugend wünsche mir. Dass sie viel mehr so Sachen können machen. Auch viel mehr Plätze hättet. Wo sie Kinder sich so ausstellen. Was ist super. Ich möge die Werte zu Berlin. Ja. Ja. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Weil äh... Als Mädchen. Von den Künstlern. Als Zümen. Als äh... Ich wollte schon immer auf das Hitfall gehen. Aber da hätte ich dann eine Gelegenheit. Erinnert mich ein bisschen an die Berliner Mauer. Und das ist ein absolut geniales Kontrast zu dem. Was man da nicht so viel hat. Wenn man auf der Weg trüppelt. Ja. Sieg ich äh... Äh... Es ist ein Billa. Es ist so ein Alex. Merci, dass ich gekommen bin. Der Leo auch. Den Teuten haben wir am Alex in eine Garage gemacht. Äh... Das Schubbilla kam ein Blö. Und das zu Montse. Es ist noch eine Leichtung. Diederling. Drei Feier. Ich habe ein Hunde Schmuschle gesammelt. Wo ich ab da... An der Vakanz war. Und dann habe ich hier drauf gepasst. Diederling. Das war genug. Genug Crack. Moin, es ist in der South. Und schönes Smart Curry.